Ich lerne Deutsch. Nummer 14491 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Gerade in schwierigen Zeiten können Geschenke Hoffnung und Trost spenden. Gerade in schwierigen Zeiten können Geschenke Hoffnung und Trost spenden. Die Erholung in der Gemeinschaft kann besonders belebend sein. Verbringe Zeit mit Freunden und Familie. Die Erholung in der Gemeinschaft kann besonders belebend sein. Verbringe Zeit mit Freunden und Familie. Die Erholung in der Gemeinschaft kann besonders belebend sein. Verbringe Zeit mit Freunden und Familie. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Martin zeigt sich resistent gegenüber jeglicher Art von Kritik. Martin zeigt sich resistent gegenüber jeglicher Art von Kritik. Betont, dass Martin sich durch Kritik nicht beeinflussen oder beeindrucken lässt. Die Begeisterung für die Musik wurde deutlich, als die Kinder das Instrumentenmuseum besuchten. Der quergestreifte Schal ergänzt perfekt meinen Wintermantel. Der quergestreifte Schal ergänzt perfekt meinen Wintermantel. Der Schal hat horizontale Streifen und passt gut zu dem Mantel, den sie trägt. Welches Getränk ist für mich? Welches Getränk ist für mich? Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.